Zahlreiche deutsche Juden hatten im Ersten Weltkrieg gekämpft und sind nun zum Teil Kriegsversehrte. Für den Repressalien und Verfolgungen der Nationalsozialisten schützt sie dieses Engagement nicht. Herr Bollenberger ist ein schwer kriegsbeschädigter Mann, welcher schon im Jahre 1915 schwer verwundet wurde, der einen guten Leumund besitzt und der im Allgemeinen in Borg und Umgegend den Ruf eines reellen und anständigen Geschäftsmannes genießt. Durch die politischen Geschehnisse ist Herrn Bollenberger jede Lebensmöglichkeit nach seiner Aussage abgeschnitten, denn wir erlauben uns deshalb, sie zu bitten, gefälligst, soweit es in ihren Kräften steht, dafür sorgen zu wollen, dass Herr Bollenberger wieder wie früher von der christlichen, insbesondere jedoch von der Beamtenkundschaft, beehrt wird und dadurch sein Leben fristen kann. Wir danken Ihnen im Voraus herzlichst für Ihr Eingreifen und zeichnen mit deutschem Gruß Reichsbund jüdischer Frontsoldaten Ortsgruppe Dortmund, der Ehrenvorsitzende. Reichsbund jüdischer Frontsoldaten Ortsgruppe